Ich bin 58 Ja So sieht's denn am Berg aus Das ist doch was Wollen wir in den Wald gehen oder wollen wir dort unten in den anderen hier mehr links so gehen oder wollen wir uns hier in den Wald unten verschlanzen Hier oder? Hier oben der Wald? Nein, das hier oben, das ist mir zu dünner Von rechts oder von links? Ich denke, guck mal, hier rechts von uns unten, bis in den? Oder ist dir das zu weit weg dann? Nö Wollen wir schon machen Hast du hier unten vielleicht die Ecke so rein? Hm Hier unten sind zwischen die Bäume Ja, hast du dann auch genug Freifläche oben, dass du mit dem Heli landen kannst Hier vielleicht so? Hier und die Ecke so rein? Ja, ist der Wald ziemlich dün? Oder kann man das bloß so sehen? Nein, der ist dünn Weil hier keine, weil hier nur Nadelbäume sind Hm Keine Wald, äh, keine Laden Ich hätte ein Heli auf dem Feld Oh So ein billig Heli Hört gerade aus Oh Das kam also, dass es das Spiel hier einsetzt Wie gelockt Was ist das nervsch? Wo, wo wir den nur hinfahren? Komm, lass uns ja rechts wieder über den Hügel vorne und unten in der anderen Delle Wo wir vor uns immer waren Genau Das fand ich nämlich ja gut am Wasser dort Hm Hm War vielleicht noch ein Stück rechts dann und Wolle 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 Dann ist dann so что Sprit Alle Etwas Aber Abba Ein paar Abba Abba Spinn fo Die Wolle Und n mic das A ja, ich habe ein bisschen Holz in dem LKB gekämpft ich habe ein bisschen Holz in dem LKB gekämpft ja, Holz gibt es hier ja nicht im Wald, stimmt ne, stimmt, hier unten in der... da war mir doch, oder? ne, hier muss ich noch links rüberfahren hier, dahinter kommt das Wasser hier unten in der Wormmitte ne, ich habe sogar noch die Markierung so? ja, von vorn findest du das hier unten schlecht? willst du hier unten hin? warte mal, mal guck mal, wie sieht es da aus? unten in das kleine Loch da zwischen die Bäume ja, nein ich stehe rechts hier ne, wir waren am Wasser, das ist ja links da drüben ist das geradeaus jetzt in uns wo war das, dort wo das Wasser ist an der Ecke hier geradeaus Alter, sind auch Laubbäume oder was? ja, da ist man fahren hier ein lieber und gut ich entscheide was jetzt bei mir zurück mhm, mhm... oder gefällt es dir nett? Ja, da wollte ich doch reinbauen. So, hallo. So, du kannst das Zelt wieder aufstellen. Wo soll ich's hinstellen? Ja, ich weiß, ich mach's irgendwo hin. Ich fang irgendwo ran. Ich komm ja nicht dazwischen. Ich wüsste die. Man muss mal gucken, was hier da vorne ist. Warte mal, ich löf mal hier durch. Warte mal durchlaufen, kann ich. Wenn du genau hier läufst, äh, hier fährst. Hier. Dann bin ich doch gerade schön. Das kann sein, da bleibst du hängen an denen. Und hier? Hier drüben durch? Ah, hier geht's nicht. Hier durch dann. Dann muss die hier ein Stück vor. Hier so, hier nein. Ah. Ja, wo der richtige Baum steht. Hab ich gedacht. Komm ich da rein. Immer bitte. Oder suchst du jetzt wie andere, man? Das ist doch scheißegal. Immer. Weil das sind halt gleich mehrere zusammen, ne? So, hier? Ja. Oder so. Ja, doch. Das ist doch gut. Das rammelt zwar ein bissl, aber... Ja, wenn ich stehen bleibt, ist das gut. Ne, 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 ne. Was denn? Hier rüber. Die Karre geht kaputt, da. Da drinnen die Bäume. Ich stell's einfach. Kraft desert net, kraft forest net. Ist das net? Mhm. Ach, weißt du was? Da kannst du auch so ein Ding fahren. Das gibt's doch gar nicht. Kann man sich neben keinen Baum stellen. Aber guck mal. Das, das Zelt, das fällt doch auf. Die hatten doch vor uns auch Grüne. Ja. Ja, die haben die Grüne gefunden. Was ist? Du musst mal ganz dringend ein Ditti machen. Kannst du das denn hinstellen? Stell's einfach unter die Bäume, wo du vorn durchgelaufen bist. Ja, mache ich. Mutter dann. Ach so. Ja, gut. Sehr schön. Ist das gut so? Mhm, hast du's? Mhm. Hallo. Ich bin dein Skier. Komm an, dein Skier. Okay, hast du's? Mann. Nee, ich komm nicht ran. Scheiße. Kann ich's natürlich auch nicht mehr abbauen. Haben da noch mehr Zelte mit? Haben da noch ein Desert-Zelt? Haben da noch drei Zelte gehabt? Ja, ich hab auch noch eins einstecken. Welches hast du denn noch einstellen? Ich bin doch immer oben an die Spitze nachgegangen. Was hast du denn noch einstecken? Ich hab noch... Ähm, Camping-Tent-Desert. Ja, Wüsten-Tente. Sehr, ja. Ich kann aber auch in... Hier in... In... Da stand doch irgendwas von... Von... Wüstennetz. Äh, hier Desert-Net. Äh, hier Forest-Net. Wir haben noch. Weißt du was? Ich brauch erstmal die... Ich brauch gleich die Hütte. Da kann man gleich aus in die Hütte packen. Ja, und da kann ich ja so ein Netz drüber machen. Ich muss erstmal Pipi machen. Ja, ich brauch da heute schon schnell das Ding. Ich hab hier jetzt wie... Ähm... Es blüht natürlich. Wir müssen mal... Stell einfach mal mitten in die Gegend hier aus. So schnell sind das der Zeit noch schnell auf. Warum? Damit wir erstmal ein bisschen Zeug abladen. Daran können. Ja. 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 Graf Desert-Net. Pitch-Tent. Ich stell es erstmal so auf, ja. So. Sieht genau so aus wie das andere jetzt halt. Deswegen hatten die bei dem anderen bestimmt noch eins daneben. Weil das auch nicht mehr ging. Hm, das kann sein. Ja, ich bin schon da noch. Deswegen werden wir erstmal schnell. wie entfällt ein Magazin als CZ-Magazin Bacon hier hat das ganze Hölz hier ach so, da hab ich jetzt ich hatte doppelt drauf gebläht oder was bootpile 2, 3 da kommt noch eins eins noch ja, da bauen wir mal Lumber das kann man wie viel mal Lumber auf einem Tisch brauchen ja, da kann man bloß bleiben, da ist ein Black Raid das war ein Supply-Gradier-Stand mit Stairs mit Leather ich weiß es gar nicht wenn es ne gute Methode ist, dass es automatisch weitergeht das kann man bislang eh Blywood Volt Bench ah gut, das geht sogar schön die Volt Bench stelle ich jetzt einfach mal hier auf das mal na, ich glaube noch ein bisschen rum so, genau haben wir jetzt nicht mehr das Ding hier gestellt jetzt kann ich ja noch versuchen noch so, ich sehe zwei mehr Lumber die Werkbenche, ich sehe das gerade I am back. Du bist back und ich close back. Oh, schön. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für so eine Hütte gebraucht habe. Hast du das Grabmittel? Die Bank habe ich ein bisschen weiter da drüben aufgebaut, ja. Habe ich das Grabmittel für die Bank gebracht? Ne, für die Bank, ne. Für die Hütte, oder? Ja. RedKCC15 habe ich. Hm, ich weiß auch nicht, für was der ist. Wie kann man das dann machen? Kannst du da auf dein Auto draufgehen und dann probieren, oder? Hast du genau für die? Von dort unten kommt schon wieder Zampi. Och, nervsch. Und nun Wasser läuft auch noch einer. Was? Echt? Genau, ich baue noch. Wir hatten ja noch das Grabmittel, oder? Ja, im Auto, glaube ich. Das Auto kann ich schon stehen lassen, oder? Oh. Ich sag mal... Make Copy? Äh, wenn ich rechts auf den Schlüssel drauf, kann ich... Dann kannst du doch noch einen Ersatzschlüssel, wenn du mehrere Leute bist, kannst du mehreren Leuten den Schlüssel geben, damit jeder das Auto nehmen kann. Guck mal, ob du noch reinkommst. Wieso? Ich hab doch gerade das Grabmittel rausgenommen, oder? Oh, ich komm mal ran. Ringtops. Wo ist hier jetzt ein scheiß Grabmittel? Riecht's irgendwo? Das ist ein Grabmittel. Ich hab's gerade rausgenommen. Ach, ich hab's in meinen Rucksack getan. Kombination Lock. Was ist denn das? Damit dir das passt, um später eine Türe mit Kombinationsschlüssel zu bauen. Wo dann bloß wieder reinkommen, sozusagen. Oh, okay. So, das Hüttchen. Na, ich möchte schon hoffen, dass in das Hüttchen dann bloß mehr reinkommt. Naja, das Hüttchen dann nicht bloß mehr reinkommt. Ne? So, nur auf Lumber. So, wir wollen jetzt aber hier das Check-Bahn. 3 more Blei-Wood-Brush. So, nur mit dem Wood-Pile. Maintain Workbench. Dann kannst du die Blöds reparieren. So. Wozu brauchst du die jetzt eigentlich, Risch? Um das Zeug jetzt zu bauen. Weiter zu bauen. Korko-Check. Kannste gucken, wieviel drin ist. Hast davon schon mal gefragt. Siehst, wieviel du noch einpacken kannst. Kannste, glaub ich, noch einen Baum abpacken. Ja, ich wollte gerade bisschen was reinlegen hier. Hast du noch Holz mit? Ich hatte alles ins Auto gepackt. Ich hatte Haufen mit. So, mal gucken. Mal gucken. One more of Blei-Wood. Okay, wir bauen noch einen Baum. Ja, es geht leider mal. Warte, ich erkläre ihn ab hier ein bisschen weiter drüben. Ich mach's. Ich mach's. 12 Mal muss er da fahren. Ja, da hast du einen ziemlich großen. Ich musste das eine mal... Naja, das ist schon mal schön. Wo bist denn? Bissl weiter rechts rüber. Dort drüben bin ich hier. Ich hör dich nie hacken. Dort drüben bin ich hier. Du siehst mich da stehen da. Ich hör dich aber nie hacken. Ich bin ja vielleicht ein bisschen weit weg. Ach, schieß mich bitte nicht. Nein. Ja, wie ist das hier da? Ich glaub, mein Rucksack ist noch mal Pan-Killer drin. Ich muss das ausholen. Ja, unten. Ah. Gleich fällt der Baum an. Hm? Schöne große Buche. Warte. Stimm's denn nicht. Ich steh alles in meinem Rucksack. Ist da alles rein? Einer der ist ein Zombie. Oh Gott. Warte. Ich wollte die PDW holen. Du blutest. Ich verbinde nicht gleich. In einem 1911 Magazin. Ja? Hat er? Ja. Coolen Pausch. Nee, kann ich für meine PDW auch nehmen, oder? Weil's die mit hier unten hingepackt hat? Nee, das tut jeder... Combine for Revolver? Nee. Hast du jetzt alles weggenommen? Hm. Hast du jeweils gegessen und getrunken vor seinem Zelt? Ja. Ich hab den ganzen... Das ganze Holz mitgenommen. Äh... Du machst mal. Ich muss das Red Bull da rein. Wolle ich aus dem Ehenzelt noch so in... Die kannst du mal ausprobieren. Wurft Forest Net. Ja, mach das mal. Du musst an die Werkbank gehen. Workshop within 3 meters. Ja, das ist ja... Ich tue mal zwei Stück rein. Missing Tool. Ach so, in meinem Rucksack ist es noch drin. Hunting knife. Da ist in deinem Rucksack... Mein Rucksack für dich noch drin. Da ist es doch. Ich sag mal, irgendwann für dich mitgenommen. Dankeschön. Ich schätze. Zwei mehr Holzbombe. Missing one more of Supply Crate. Was ist denn das? Ah, der Problem für Supply Crate. Der Bumpel Holzbombe. Und dann pass der Scrap Metal Löffel. Haben wir nicht mehr, oder? Nee. Reichzeitig wieder rüber. Jetzt müsste ich gleich die Scheiß Shack bauen können. Endlich. Jetzt müsste es soweit sein. Juhu. Hast du? Ja. Und wo stellen wir die dann hin? Noch ein Stück weiter.